Peter Müller, Österreichs erfolgreichster Musikproduzent, feierte im Kreise hochkarätiger Berufskollegen und Freunde seinen 70. Geburtstag. Auf Einladung von Diplomkaufmann Nikolaus Kalita trafen sich die Gäste in dessen Schlosshotel Falkenhof in Irtning. Peter Müller, Happy Birthday to you. Ich will wieder haben, ich fühl mich da so allein, braucht eine große Welt, ich will heim nach Fürstenfeld. Großvater, kannst du nicht auf ein Kommen auf ein Stück Kaffee. Großvater, ich möcht da so viel sagen, was ich erst jetzt verstehe. Good old Hollywood is dying, good old Hollywood is crying. La na la 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 Wie ein Wütswasser, bis du an euch spielst Wie ein Wütswasser, so frisch und so echt Du mit deiner Poppenfigur Deine Kurven sind australisch, infernalisch und es raubt mir die Ruhe Du bist aber mehr nix, du mit deiner Supersex Du bist eine utopische Ex Es ist Muttertag Muttertag Sonntag, ich mag Sonntag Jeden Sonntag freu ich mich schon auf den nächsten Sonntag So ein Sonntag Habst du etwas Schönes an sich? Doch der Durchbringt mir um Ja ja, der Durchbringt mir um Ja ja, der Durchbringt mir um Ich brauch ein Bier, sonst komm nie um Der Strap all over, der Serkist Crew Der Strap all over, der Face Ich heit weihemal, bis uns da tei verhoit Bis uns da tei verhoit Bis uns da tei verhoit Hoi 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 Ja, meine Damen und Herren, wir befinden uns hier am Adlerhorst Es ist gigantisch, welche Persönlichkeiten sich heute hier eingefunden haben Es ist ein Musiker-Treffen Ich möchte hier einmal erwähnen, dass der, der mit Life is Life groß geworden ist Der ist auch selbst gesungener Karriere, Rival Pfleger Er trägt die Haare auf, die ist auch Wunderschön Es ist auch, dass ein Teil von SDS Der eine Teil ist der Skifahrer, der Herr Schipkowicz ist auch hier Und deswegen sind Sie heute hier und wie fühlen Sie sich hier aus? Ich bin der Tanzbär des Adlerhorstes Ich gehe von Tisch zu Tisch und erhalte die Gäste Und heute ist es mir eine besondere Ehre, dass wir auch 70-Jährige, die ihren Geburtstag feiern, die Kürze da begrüßen können Das lief das noch so lange schon Der hat Peter alles Gute von unserer Seite Und der will mir auch, was der Peter alles gebraucht hat Er hat den Ambros produziert Er hat Opus produziert Er hat SDS produziert Also ein wirklich großer Musiker Und eine ganz besondere Freude ist es uns auch, dass zu bilden, dass zwei Drittel von SDS da sind Wir begrüßen den einen, das eine ist den Schipkowicz und den Steinbecker Wir begrüßen den Ewald Pfleger von Opus Wir haben hier ganz große Persönlichkeiten Und einer der im Klassischen tätig ist Wunderbarer Komponist, Christian Kolonowicz Auch hier grüßt ihr herzlich willkommen Und damit wünschen wir alles Gute zum Geburtstag Und werden jetzt aber die Musik schön einspielen Happy Birthday Peter Happy Birthday Happy Birthday Du darfst ohne weiteres deinen Eindruck, den du hier hast Super! Na ja! Ich will in die needle bluecken You will in die knowledgeable David Kim Góriá from Sie Äckara David Kim Góriá 密sein juristen Was ich noch gerne hätte, ist, dass ihr bitte dem Geburtstagskind so typisch gratuliert, damit ich auch herzahlen kann, wie jeder ihm alles Gute wünscht. Müller, ich habe dir ein Geschenk mit dir gebraucht. Sitzen wir alle! Das Wandern ist des Müllers los, das muss ein schlechter Müller sein, denn niemals wie das Wandern heilt. Denn niemals wie das Wandern heilt, das Wandern heilt. Juhu! 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 Den Peter am längsten stehen! Warte, ich muss mir so stellen, ich gehe dann gleich wieder in die... Es ist finster, was soll man machen? Also, in Ermangelung der richtigen Musiker habe ich inseriert und habe angerufen und habe gesagt, beim Kurier oder bei der Kronze, was auch immer, ich versuche einen Session-Musician. Darauf mich der Haller einen Tag später anruft und sagt, was ist mit dir, Warmer? Wieso sagst du Fashion-Musician? Wofür brauchst du nicht Leute, die spielen können? Warum sagst du Fashion-Musician? Ich sage, ich habe nicht Fashion-Musician. Session-Musician, Fertiger! Natürlich! Dann sagt er, schau dir das Inserat hinein. Steht dort Fashion-Musician. Ich habe natürlich keine Ahnung, was Fashion-Musician, Fashion-Musician sei. Das war ein schwerer Flug. Das hat sich keiner gemeldet, aber es waren keine Fashion-Musician. Nicht solche, die sich als solche gekannt haben. Und jetzt geht die Geschichte, wir haben dann das Inserat verbessert und wir haben dann Studiomusiker daraus gemacht, klarerweise. Alles andere, und jetzt geht die Geschichte dann nicht weiter. Und da waren die Österreicher, Dörf, EAV, Fendrich, Ambros, SDS, wie sie alle heißen, haben die deutschen Fernsehplätze belegt. Ich war nur ein kleiner Zwerg in dem ganzen Konzert, aber das hat den Deutschen nicht gefallen. Und bis zu dem damaligen Zeitpunkt waren in Österreich nur österreichische Manager von Plattenfirmen. Da hat es den Herrn Thurain gegeben, da hat es den Herrn Amin gegeben, da hat es den Herrn Friedberg gegeben bei der Areola, der Ableger von Monti Löfner war letzten Endes. Bis zu dem Zeitpunkt hat alles super funktioniert. Irgendwann, Mitte der 80er Jahre sind die Deutschen darauf gekommen, das gefällt uns eigentlich nicht. Haben die österreichischen Plattenfirmen zu Auslieferungslager Süd umfunktioniert, deutsche Manager reingesetzt, heute jetzt alles vom deutschen Markt organisiert und gesteuert. Und der Krönemeyer wird öfter gespült, als alle Österreicher zahlen nur, oder ich und ich, und ich weiß nicht, wie sie alle heißen, die deutschen Freunde, die alle gut und lieb sind, keine Frage. Aber die Österreicher ducken sich, und der Georg Danz hat einmal gesagt, wir Österreicher, und damit hat er die Künstler gemeint, haben gelernt, mit dem Zylinder unter dem Teppichradl zu fahren. Also, soweit die gemeinsamen Wege, und jetzt ist eigentlich der Peter dran, geehrt zu werden. Nein, ich bin jetzt, ich bin nochmal kurz dran. Hörst du bitte daher. Nein, ich... Kannst du da drauflegen, ne? Aber ja. Warum? Fett! Achso. Lass alle einschenken, Schnell. Ja, ja, ja. Es dauert! Nein, nein, nein! Es dauert! Nein, nein, nein! Es geht ganz raus! Stell dich da her! Wir haben schon fünf Minuten Zeit, um die Getränke und Speisen einzugegeben. Das hat unser Kollege an. Schaut auf Filmprofis! Entschuldigung, Entschuldigung, es soll ja wirklich rarsch gehen. Ich möchte auf keinen Fall so lange ausführen, wie der Vicky. Ich werde mich also kurz fassen, in einer halben Stunde etwa. Ich werde mich kurz fassen. Warum ich diese Zettel in der Hand habe? Weil ich euch ein bisschen informieren möchte über dieses unglaubliche, bisherige Lebenswerk von Peter Müller. Ich bin eigentlich, neben dem, dass ich sein Freund bin, ein Mitbewerber. Auch ich bin Produzent, auch ich bin Musikverleger. Aber dennoch habe ich Ihnen meine Referenz zu erweisen aufgrund dieses bisherigen Fantastischen. Also, wir haben 1971 der Studie in der Herbststraße. Sie Department, drei Lauser, Erich Bernhard Messengers, Terry Black kennt es bisher alle nicht. Novak's Kapelle, die erste Punk-Pengen Österreichs. Leves Schönherz Rigoni soll sein. Schmetterlinge kennen wir alle. Peter Korunka, der eigentlich Cornelius hieß. Jack Grunski, Wartel und Robinson. Jetzt nehme ich nur mehr die heraus, von deren Namen wir uns im Bewusstsein ein Bild machen können. Wolfgang Ambros. Peter Wolf, Razzardoschetti, die sogenannte ganz berühmte Gypsy Love. Und dann gehe ich nach. Wo ist Jochen? 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 Eine Dokumentation. Gut, darf man durchgehen lassen. Immerhin ist er ein sehr bekannter Mann. Dann haben wir Niki Oliver. Ja, steht noch da. Und jetzt geht's One Family. Wilfried, den wir alle kennen. Turning Point. Jacklinger Buhren, ganz interessant gewesen. Georg Tanzer nicht zu übersehen. Brad Howell, der als Mille Vanille Sänger dann sehr großen Erfolg gehabt hat. Sehr zum Leidwesen der Mille Vanille Sänger. Weil der wollte ja selber singen. Und da hat er nicht singen können. Und die Öffentlichkeit getreten für das, dass er... Ein völliger Schwachsinn hat damit seine eigene Karriere torpediert. Aber der Christian wird das alles für... Übrigens, Christian Kolonowicz ist nicht nur ein ähnlicher Jahrgang wie der... Nein! Ich bin 60. Das sind genau 10 Jahre alt. Ja. Ich bin bei einem Kerl. Trotzdem ist der Christian ein Begleiter von Peter durch die ganze Zeit gewesen. Er hat die ganzen Austropof, wenn sie was zu machen... Nein, ich war im Grunde dort abgefangen als Lehrling von Peter. Er hat gerade erzählt. Bitte, darf ich dir deine Lehrling vorstellen? Also, eine sensationelle Karriere auch als international erfolgreicher Arrangeur und Musikproduzent. Das möchte ich nebenbei nur erwähnt haben. Was zeichnet natürlich den... Die Skorpion sehe ich hier. Ja, die waren von Christian. Liege und Klappion. Mehr Information. Da ist alles schwieriger. Storkurger. Storkurger. Nicht zu vergessen. Heinrich Walcher. Gummizwerg, Gummiberg. Das sind endlos viele Namen hier. Ich muss da jetzt schneller springen. Marty Brim, Peter Schleicher. Der hat bei dir, glaube ich, die... Stones. Was ist die Stones? Wieso weißt du? Das war ich. Du bist du. Ah, da sagen sie. Pradibaba. 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 Horst Meller. Unglaublich. Peter Pauls Grepe. Der war unglaublich. Unglaublich. Da sehe ich ja da ganz interessant den Reinhard Kendrich. Das war in der Herbst. Im B-Studio, muss man ehrlich sagen. War schon im Auer. Aber im B-Studio. Falko sehe ich da. Mit Tränen, der war heute geworden. Die Schadenfreunde. Harry Stolker. Blondel. Der spätere Bürgermeister, glaube ich, von Vellach oder so. Ja, Felden. Der Blondel. Tony Seiland fand hinter sie ja wirklich. Die waren gemeinsam mit dir. Ja, ja. Interessantes Duo. Hallucination Company. Wolf und Volch. Stefanie Werger klarerweise. Robinson alleine ohne. Waterloo. Ohne Waterloo. Fritz Bauer auch ein fantastischer Jazzpianist wie ihr im Buch. Ideal. Ideal haben wir die aufgenommen. Die Deutschen. Ist ja unglaublich. Jörg Mateurer. KGB. André Heller. Maria Biel. STS. Nicht zu vergessen. Eine besondere Referenz gilt euch beiden natürlich. Wir haben einander in diesen Tagen kennen und leben gelernt. Ich darf das da nicht. Ich darf das da nicht. Ich bin gar jeden Verdacht, dass ich schwul bin bei den Frauen, die mich in meinem Leben begleiten. Sigi Maro. Sehe ich da Joy. Na, Joy bin ich nicht. Der Mikkel. Der Mikkel. Die Lissi Engstler. Die habt ihr euch nicht geteilt. Die war deine Freundin. Ich bin mir nicht so sicher. Weng Chang. Nörderische Partie aus Amerika. Boris Bukowski. Nicht zu vergessen. Roland Neubert. Die Schameln. Toni Stricker. Wir alle kennen ihn. Etta Scolo. Das geht endlos. Das halte ich nicht. Ich habe gesagt, ich fasse mich kurz. Michael Hector. Werner Wunder. Ringsquandl. Auch interessant. Heli Deinböck. Ich spring jetzt wie er wieder. Paper Moon. Der Mix von Paper Moon. Barrelhouse Jazz Band. Und jetzt wird es Gott sei Dank endlich ein bisschen weiter. Da ist er jetzt schon faulwurm. Ja, es sind nur die, die wiedergekommen sind, nicht nochmal angefangen. Ja, aber, ach so. Das war eine Frau. Das war eine Frau. Und jetzt schon sehe ich als letzte Eintragung. Die Liste ist leider nicht voll. Gott sei Dank. Muss ich sagen. Das hat man mir das vorhin, dass ich so lange rede. Habe sie aus Peters Buchhaltung rechnen. Das hat mir die Gott sei Dank dankenswerterweise die Ingrid geschickt. Und konnte euch somit mit diesen vielen Namen beglücken. Und das glaube ich gebührt schon einen großen Applaus. Ich wollte nur sagen, nachdem du bekannt gegeben hast, dass es eine Buchhaltung ist. Könnt ihr ja sicher sein, dass alles versteuert wird. Vielleicht deine Zühre zu hinter runners CHESSE Es fällt dann wieder weg, als sie für ihn sein. Dass sie unter' sie vergessen hat, dann ruhig ist es für ihn für Sie. Und so scheint einen zones beschäftigen Leute auszuschalten. Und so scheint dich zu wissen, dass alle zehn Seiten werden kann, dass ich eigentlich irgendwie deinen Papa goral конфieren musste. Applaus Bravo, 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 bravo. Es gibt einen allseits bekannten Satz, die Letzten werden die Ersten sein. Es gibt aber auch den Umkehrschluss dazu, die Ersten werden die Letzten sein. In diesem speziellen Fall trifft das auf uns zu, die wir als Erster angekommen sind und als Letzter tatsächlich auch wiederum diese unglaublich herrliche gastliche Stätte verlassen. Anlässlich des 70. Geburtstags von einem meiner langjährigsten Freunde, Peter Müller, man sieht ihm es nicht an, Gott sei Dank saßen sie es, als sie es erfahren haben jetzt, sind wir eingeladen worden vom Diplomkaufmann Nikolaus Kalitta, ebenfalls einen langjährigen Freund, dessen Sohn Oliver und der langjährigen Lebensgefährtin, wahrscheinlich bald Frau oder wie auch immer, Beate, zu einem unglaublichen Wochenende eingeladen gewesen zu sein, zu dem sich nicht nur der Sprecher dieser letzten Worte eingefunden hat, sondern auch Frau Sonja Hubmann, die natürlich auch hier nicht unerwähnt bleiben sollen und über allem die gesamte Crème de la Crème, bis auf einige Ausnahmen klarerweise, der österreichischen populären Musik dabei gewesen sind. Ich wünsche viel Vergnügen bei der Nachsicht dieser Dokumentation, dieser Bilddokumentation. Also, sicher, über zwei Tage flog, stimmt man das gleich mit mir her. Ich wünsche viel Vergnügen bei der Nachsicht dieser Dokumentation.